Du hast G-Time... Hallo? Er ist Mute. Das ist ein sehr empfindliches Team. Ich glaube, das ist echt kackempfindlich, Junge. Belli mal an, wenn er Mute ist. Warum bellt seit neuestem jeder? Belli mal aufs Bar, komm! Abgelehnt. Ich habe stattdessen etwas viel besseres gemacht. Ja? Wir haben ja gestern über einen Schneeball geredet. Ja? Oh mein Gott. Ist ein Game mit Funktion. Aber, aber, okay. Jetzt musst du mir nur eins sagen, okay? Dann bin ich leise, für immer. Ich schweige für immer. Kann man den jetzt schon bekommen? Nee. Fuck. Ich habe es ausgetauscht mit einem anderen Unique, was noch kommt. Aber, ähm... Ja, muss noch ein bisschen warten. Ja, okay. Aber, wenn er dann findbar ist, werde ich dir nicht sagen, wann er findbar ist. Ja. Easy, easy, easy. Nuge. Fabio, müssen wir noch einen Pinguin-Unique finden. Aber ich weiß nicht, was ich als Pinguin machen soll. Ist das eigentlich schon drin, das Unique von Wichtiger? Ja, ja. Hast du zu? Schon im Game. Ich bin gerade erst reingekommen. Wow. Ich bin später nicht da. Nein. Achso, ich soll natürlich was kaufen. Ja, das geht bestimmt. Zabafon? Was genau warst du denn? Nur das normale Prismarinen. What? What? Mike! Was ist es? So verdient, wichtiger. So verdient. Ist es deins? Es ist ein Bug, es ist ein Bug, es ist ein Bug. Was hast du es gemacht? Es ist ein Bug, es ist ein Bug, nein! Oh, ich glaube ich weiß warum. Nein, ich habe gerade Jasso von dem Schneeball geworfen, Digga. Ja, das ist ein Bug, weil die Funktion ja Schneebälle verwendet. Oh mein Gott, Digga. Warte mal, ist das jetzt ein Bug oder richtig? Wieso ein Bug? Nein, ist ein Bug. Aber du hast den geworfen gerade, oder? Ich habe ihn geworfen, ja. Aber den hättest du wieder in die Hand kriegen müssen, oder? Nee, ich habe ihn dir gerade gedroppt halt, mätisch. Achso, achso, okay. Kann er es trotzdem behalten? Ich hole mir nochmal jetzt, hab ihn wieder. Ja, ja, okay, nee, das ist schlecht, das wird abgeschnitten. Aber es funktioniert an sich, guck, es funktioniert an sich. Ja, ja, es kostet halt Mana, ne? Hm, das stimmt. Oh, ich sehe es, ja. Warte, warte, also was war jetzt das, wofür du das Unique geworfen hast? Ja, wichtiger, also nochmal, das Unique hat die Eigenschaft, dass wenn du es halt wirfst, es wieder in deine Hand kommt, sozusagen. Genau. Aber es kommt halt auch in deine Hand, wenn du normalen Schneeball wirfst. Das heißt, ich müsste da nochmal ein bisschen was drehen. Also, äh, Hotfix kommt in, äh, einer Minute. Oder mach einfach keinen Hotfix. Ey, ich hole mir das Unique jetzt auch. Nein, wo bist du, nein! Ey, ich schalte den Server aus, wenn jetzt irgendeiner von euch einen Schneeball wirft. Das ist crazy, das ist crazy. Ich bin nicht live, kein Beweis. Das ist crazy, das ist crazy, das ist shit, Brady. Ey, ich glaube, er hat geholt und ist offener in den Gang. Spark, du musst ihn clearn. Ne. Fabo ist gebannt, bis ich es gefixt habe. Echt jetzt? Ja. Oh, was? Nein, Fabo. Ey, soll ich schnell 25, äh, Lootboxen öffnen? Und dann kriegst du Jackpot, dann wird alles gekleert, schade. Wichtiger ist auch gebannt, bis ich das gefixt habe. Wichtiger ist auch gebannt. Oh mein Gott! Oh Gott, ey. Schöne Prediction. Ich fix das, dann können die wieder drauf. Ich stell's aus. Okay, wo haben wir denn die Items hier? Custom Items. Weißt du, da hab ich wieder nicht dran gedacht, weil ich hab nicht so viel Zeit zum Testen für alles aktuell. Was steht ab, Leute? Einmal bitte den Schneeball in meiner Hand. Warte, komm, komm. Und den anderen auch noch. Mhm. 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 Gibt keinen, gibt keinen. Du hast ja jetzt trotzdem noch die Level, ne? Mhm. Ähm, hab keine bekommen, glaub ich. Weil... Drück mal Tab. Digga, fuchsel legit. Digga, fuchsel legit. Nein, jetzt fuchsel legit, der ist fuchsel, ne? Du kannst dich jetzt schön warm anziehen, ne? Ja, das wär ihm so oder so aufgefallen. Das steht sogar im Chat. Du bist tot. Du weißt, du bist tot, ne? Jo, sind das jetzt hier Androhungen? Na, ich bin schon bei dir. Triff nicht. Ah! Da haben wir's gelasht. Wenn du einmal triffst, geb ich dir gar nix. Alright. Ja, dann mach ich's nicht. Okay, ich geb dir meine Boots. Ganz laut. Okay. Boah, das war knapp. Ja, Leute, also, ähm, die Prozentanzeige ging dadurch hoch. Wenn wir jetzt noch nicht kriegen sollen. Das ist leider ein bisschen... Das ist leider wieder misszutracken. Wenn wichtiger sein, ein Schneeball wirft, dann muss halt gecheckt werden, ob der ein Schneeball wirft. Aber ich brauch noch eine zweite Information. Und zwar, ob der auch einen Schneeball wirft, der grad das Unique-Item ist. Und nicht, wenn's nicht das Unique-Item ist, aber das Problem ist, das wird ja nur ausgelöst, nachdem man's weggeworfen hat. Also, ich müsste ein weiteres Scoreboard machen, was jede Sekunde überprüft, ob du das im Inventar hast. Dann könnte man sich immer noch durchforcen. Das ist schon wieder so ein bisschen... Vielleicht gibt's auch keine Funktion. Also, das ist ein bisschen... Ja, andere Schneebälle... Ich check schon, andere Schneebälle verbieten. Das Problem ist aber, das wird gebraucht, um Eis herzustellen. Also, Schneebälle kann ich nicht verbieten. Machen wir einen... Scoreboard-Players-Remove-Counter. Ziehen wir den Progress 1 ab und machen dann einen Update-Display, Sorry. Und dann seht das gleich wieder. Es ist wieder auf 44%. There we go. Wenn das Item wiedergefunden wird, dann wird es wieder gedingst, aber da muss ich grad noch was machen. Ähm, ich muss nämlich... nochmal einstellen, dass es wieder gefunden werden kann. Okay, so. Jetzt hab ich auch noch eingestellt, dass man's wieder finden kann. Oh. Ach, Mist. Ich hab den Schneeball noch im Inventar. Ich hab's resettet. Eieieiei. Ich mach den Server jetzt. Ich find, der Server sollte jetzt ausgemacht werden. Ich find auch. Ich find, wir sollten den... Nein, Tiag, du musst jetzt damit leben, dass du downfallen wirst. Das war eine Beleidigung. Jetzt werd ich noch mehr Kürbisse farmen, G-Time. Du kannst so viel Kürbisse farmen, wie du willst. Ich vergleich einfach nur, wie unsere Level ansteigen und weiß einfach, wie viel mehr ich produziere. Ja, ja. Ich hab sogar schon in deinem Stream deine Level-Rate angeguckt, die du machst und hab mir das schon so ein bisschen errechnet, wie viele Level du machst. In der Zeit, in der ich bin. Ich hab das mit Chat gegengerechnet. Ich kann kein Mathe. Oha. Man, nur weil du Mathe 1 hast oder so, ne? Das ist wichtiger in Ruhe. Das ist nur unwichtig. Wuh! Gensaut. Gensaut. Er denkt seit der Woche, dass er Speed ist, deswegen. G-G hat für mich gebellt grad. Gensaut. Ich hab dich angebellt. Du holst grad von G angebellt. Dünger. Warte, ich hab's gleich. Alright, jetzt soll er wieder. So, jetzt sollte alles aber resettet sein. Also, jetzt kriegt man das hier nicht wieder? Ja. Man kann's wieder kriegen. Gut, dann versuch ich's nochmal. Und wie? Okay, geht nicht. Schade. Tschüss. Tschüss. So, jetzt trefft euch jetzt mal.